was ist denn die musik so bedrückend hier ich soll zu dieser fähre mann an dass ich nicht einfach hochspringen das ist wie bei italien sie dürfen wir lassen mich auch nicht überall hin nach kackendreck es ist mit der musik ist so bedrückend ich vermisse eigentlich der wohl das gesangskünste na 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 das ist da bin ich also doch richtig am verlorenen schreien habe ich nicht aufgepasst oder was mit dem pfz scheliz möchte ich unbedingt wiedersehen mhm wir können ja von vorne nicht in den schreien mehr hinein gehen ach so vielleicht kann ich dann diese komische wurzel noch finden die sein opa da wollte Ich bin hier wieder hergesprungen. Du, da hinten fühlst dich ganz toll, gell? Was machst du denn hier für ein Schamann-Dance? Ey, wartet mal. Eine Sache, die ich gar nicht gemacht habe. Ich habe da neue Worte gekriegt. Ich will schauen, ob sich da was geändert hat. Hey, nein, nicht Gebluges. Ulul-Otesar! Das war ein aufrichtiger Orks-Kriegsfürst, der uns in die Schlacht führte. Der hieß Ulul-Otesar. Und Bädel-Kunkar. Wenigstens hier ist hier die Musik noch so gechillt. Und beim Wetten, so wie ich drinnen bin, geht es wieder... Oder sowas in der Art. Gefällt dir nicht, was? Aber wieso irgendwann auch ein Schrein? Wo soll denn hier der Shadow Lord sich verstecken? Was ist denn hier oben los? Wer kackt mich denn schon wieder an? Bin ich eigentlich voll falsch? So, ich habe hier doch ein Vergesquemite. Ja! Ja! So Schatten waren hier nämlich nicht beim letzten Mal, ne? Was machst denn du hier für ein Kaioken gerade? Erf? Irgendwas Sandes. Hey, es gibt Schäden hier. Ah, ah, ja. Ah, ja. Hallo? Wo kommst du denn her? Habibti. Ja, auf die Musik hab ich gewartet, gell? Hm. Nimm ich jetzt mal ein neues Erzeugerrat. So, komm mal her. Jetzt schauen wir uns noch hier um, ob hier noch was ist. Nee, doch ist noch. Hallo? Was ist denn mit dir los? Spring ins Field, oder was? War hier noch einer? Der stresst. Das ist der letzte von ihnen. Jetzt holen wir ein Stück von dieser Rüte. Das sollte genug sein. Hast du mich gerade angekackt, hä? Hast du mich gerade angekackt, hä? Wo kommt ihr denn eigentlich alle her? Ich brügele den einfach die Treppe hoch. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Das ist ja so cool. Oh, okay. Oh, okay. Das ist so cool. Oh, okay. So, ich bin einfach weitergegangen. Warte mal, du willst mit mir kämpfen? Dann halt nicht. Willst du mich gerade verarschen? Ich kümmere mich um den hier mit seinen Temptations und dann musst du mich jetzt noch interessen. Oh, hier kommt jetzt gleich wieder ein großer Klops. Hast du dir wohl so gedacht, was? Du Oschi. Dem haben wir nichts genützt. Huh! Hallo? Stop it! Ich kümmere mich. Ich kümmere mich. Jetzt ist die Musik aber voll krass. Was ist denn los hier? Volle Party oder so. Ich steuere echt aufs Finale zu. Kann das sein? Ich meine, Onkel Mori wüsste ja jetzt besser Bescheid, wie lange es geht. Ich weiß erst, dass er auch gestreamt hat, aber wie gesagt, ich habe leider seine Streams nicht angeguckt und ich wollte mich nicht spoilern lassen. Ich weiß nicht, wie lange es geht. Ich weiß nicht, wie lange es geht. Wie Emil abgeht. Emil ist so eine Killermaschine, gell? Mit dem würde ich mich nicht anlegen. Der hat Adler auszedeppert und der hat das Monster aus dem Schiffsfuck auch ganz schön in den Schach gehalten. Der ging so ab, der Kleine. Oh, jetzt kommen hier, jetzt kommen, jetzt kommen hier die Temptations. Jetzt, ey. Hiein, haiein. Komm her. Temptation. Protziger Hut. Nee, ich ziehe nur einen Clowns-Hut auf. Zumindest für den Schulundurchbauschein. Ha, ha. Oh, da. Puh. Ich ziehe. Das war's für heute. was ist das für eine trophäe heißt es ich habe 50 prozent alle zu alle wörter eingesammelt willst du mich verarschen spiel gib mir mal hey oder was jetzt geht's los krass oder ich habe so viel in dem spiel schon zeit investiert und habe nur 18 prozent aller trophäen bisher gefunden das ist schon ein starkes stück ist mir aber lieber als wenn sie einem die trophäen hinterher schmeißen und dann in den da stecken wie dies beispielsweise bei ja und so weiter bei one piece bald wo es der fall war das heißt ja durchgerutscht wenn du platin wolltest was ist mit der musik ist voll die action von und Ich frage mich, warum die Schäden so stark sind. Sie waren nie so stark. Es scheint, dass die Schäden immer weiterentwickeln unsere Kraft. Sie sehen, dass sie uns immer wieder zurückkehren, oder? Nein, ich finde eine Art, um es zu stoppen. Guck mal, Mashihiro, so rennen Leute, nicht wie Naruto. Hä, war das schon vorher da? Das würde die Badewanne auch erklären, ne? Ne, da geht's nicht weiter. Ich hab das Gefühl, hier haben wir Leute gewohnt vorher. Das Drei-Sterne-Hotel ist zwar nett, aber... Exklusiv Panorama-Aussicht hier. Schlafen unter freiem Himmelszelt. Ist das wenigstens all-inclusive? Oh, guck mal hier, da wollen's wieder welche wissen. Ja. Ist das wieder ein Wort? Ne. Spiekstisch. Er steht schon in Position. Auch nice. Meine beiden Begleiter sind dauernd am Schweben! Und teleportieren. Und ich muss alles rennen und laufen. Hier ist ja bei Schmerzen. Beim Zug. Mach auf! Vielen Dank.